Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei mir. Wir sind wieder mit dem HVV unterwegs, plus der Hochbahn. Ich habe euch schon gezeigt, wo wir hinfahren. Berlin, der Torben, der Unihafen zur Universität. In drei Minuten kommt der Zug. Falls ihr es sehen könnt, hier. Dann bis gleich Leute. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Nächster Halt, Hauptbahnhof Nord. Übergang zur U1, U3, zu allen S-Bahnlinien und zum Regional- und Fernverkehr. Nächster Halt, Hauptbahnhof Nord. Please exit here for Central Station. Ausstieg rechts. Rundberg Nord. ... und es wird sich hier r Protectionhaus auf dem Hauptbahnhof Nord. D shaped in der S-Bahn-Kennung entlangt. ... und dann bis gleich zur Adelaide des Bürgsbergsflächen vom Ring. In der S-Bahn-Kennung liegt es ganz klein. In der S-Bahn-Kennung liegt es ganz wichtig. Nächster Halt, Jungfernstieg, Übergang zur U1, U2, U3, S1, S3, zum Rathaus und zur Alsterbauer. Next stop, Jungfernstieg, please exit here for Town Hall and Alster Boatships. Dies ist ein Zug, der hier in Richtung Elbe. Ausstieg links. Sie sind in Richtung Elbe. Im R avena Reims, die in Richtung Elbe. Die Sonne, die in Richtung Elbe, die in Richtung Elbe, die in Richtung Elbe. Nächster Halt, Überseequartier. Ausstieg links. Nächster Halt, HafenCity Universität. Ausstieg links. Deine Marc, auf der auf der Karte. Ausstieg links. Wir schauen uns jetzt gleich ein Musikstück an, deswegen bin ich auch so schnell hier hochgerannt. Ach, hier ist schon los, super! Vielen Dank! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.